So, liebe Leute, Freunde des guten Demonstrationsgeschmacks, wir gehen jetzt gerade auf die Demo. Wir sind hier, wir sind auf, freil uns die Zukunft auf! Ich habe heute kein Interview geführt dort, außer eines. Jeder Mensch muss bei jedem Handeln übernachseigen, was das für Konsequenzen hat. Und da müssen wir ankommen, so in den Köpfen der Menschen. So, heute, hier, sind wir zumindest 25.000. Der Medienrummel ist wirklich fantastisch. Das finde ich ziemlich cool, weil endlich kommt es auch in die Medien. Und die Politiker können nicht mehr vorbeischauen und müssen handeln. Jawohl, weiter so. Wow, was für eine Energie. We have gathered here today. Today, we share a common goal. We want a future. Is that too much to ask for? But we still haven't seen anything yet. This is only the beginning of the beginning. Trust me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank.